Red, hinter den Kulissen von The Voice. Opa, gleich hier bei Red. Ich freue mich auf sie. Hm, ob er das schafft? Und damit hallo und herzlich willkommen bei Red. Dann sage ich mal guten Appetit. Wir haben noch viel vor, unter anderem sind die drei hier in der Sendung. Auf oben, gleich bei Red. Hallo, zurück bei Red, hier live aus München. Na, das ist diese Woche ja mal eine Ansage. Einen beginnen wir heute, unsere Sanius, mit der wohl schönsten Nachricht des Tages. Wir machen weiter mit der wohl schrägsten Klassenfahrt ever. Die Fuck You Good, die Stars nehmen uns mit auf ihre Kino-Promotour quer durch Europa. 19 Städte, drei Länder und das Ganze in nur 14 Tagen. Allein heute sind Elias und Jella in drei verschiedenen Städten bei ihren Fans unterwegs. Und wer jetzt denkt, wie geht das denn? Per Helikopter. Also ab ins Kino, Leute, ist ja schließlich der ultimativ letzte Teil von Fuck You Goethe. So, ein Bier zu... Die schrägsten Promischlagzeilen der Woche, die gibt's gleich bei Red. Da sind wir wieder zurück bei Red, hier live aus München. Denn diese Woche war ja schlagzeilenmäßig einiges los bei den Promis. Eine Pinkelpanne, ein intimes Geständnis und Alkohol zum Frühstück. Tja, wenn das mal kein gefundenes Fressen für die Stars vom Comedypreis ist. Hier sind unsere Top 3 der schrägsten Promis-Skandale. Ja, zu feiern hatte er übrigens noch was. Luke Mockridge hat nämlich am Dienstag gleich zwei Comedypreise abgeräumt. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. So, ich verabschiede mich jetzt mit dem neuen Video von Rita Ora. Hier ist sie mit Anywhere. Wir sehen uns nächsten Donnerstag direkt im Anschluss an The Voice. Und damit sage ich Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Und ich freue mich auf nächste Woche. Tschüss.